Eingetrocknete Speisereste greifen Ihr Besteck besonders an und schaden dauerhaft. Legen Sie das Besteck daher nach dem Gebrauch in den Bestecktauchreiniger. Ob eingetrocknet oder frisch gebraucht, Etulburg Qualitätsverlusten vor und schützt so vor Lochfraß. Die aktive Reinigung des Bestecktauchreinigers im Vergleich zur passiven Behandlung mit Wasser. Unser Bestecktauchreiniger liefert ein Top-Ergebnis. Beachten Sie die Dosierung und die Einwegzeit von 15 Minuten. Reinigen Sie das Besteck anschließend in der Spülmaschine. Verbessert das Spülergebnis, schützt vor Lochkorrosion, gibt Besteck den Glanz zurück, hygienische Sauberkeit, löst Stärkebeläge und entfernt Verfärbungen von Silbergeschirr. Ihr Besteck, unsere Lösung.